war ja relativ easy tauche was sind das für Fische ich will hier weg kommt her ich mache euch alle platt oh oh was haben wir denn hier schönes und ab wieder ins Wasser Mist ah ja da geht es runter 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 wo geht es denn da hin was ist das wo bin ich denn hier gelandet wie töte ich dieses Viech naja erst mal hier die normalen töten aha aha hm ja Teil der Abgrundrüstung das ist natürlich toll aber eigentlich wollte ich hier gar nicht hin naja egal wieder schwimmen tauchen will ich tauchen so man muss halt einfach ein bisschen ich sag ich mal mit dem Spielcharakter Spielcharakter ein bisschen hart reden dann funktioniert es auch das ist ja so wie mit euren Haustierchen falls ihr welche habt das sagt ihr auch nicht nehmt Platz oder so das sagt ihr stillgestanden und solche Sachen wenn ihr versteht was ich meine so wo gehen wir da hin ich hab kein gutes Gefühl ach ja ich kann gleich wieder zurücklaufen ja ok wieder tauchen ich will mir diese versunkene Stadt ein wenig anschauen Stadt sag ich schon ich mein dieses Haus töten töten kommt alle her kommt alle her es gibt heute extra Sushi kostenlosen Sushi und auch noch ich habe etwas gesehen das mir gehört hier befindet es sich runter runter raus hier da wieder rein was ist denn das für ein Gammelort wir haben wieder Land juhu wir haben Amerika entdeckt ich habe keine Ahnung wo ich genau hin muss aber ich nehme jetzt mal den linken Weg ah Mist der sieht mir sehr vertrauenswürdig aus naja na super und was ist hier versteckt hier ist ja gar nichts versteckt das ist ja voll der Witz was für ein Witz was habe ich hier eigentlich ausgerüstet geht nix naja da müssen wir halt eben hier einen alternativen Weg finden aber es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten da es nix gut ist das spüre ich das sieht schon sehr friedlich aus kommt alle her ich tue euch nichts warte mal den kennen wir doch irgendwo her das sind doch diese komischen Torwächter oder wie die auch immer sich schreiben dann wecke ich den mal von seinem Schlaf auf vergib mir Freund ich würde dich durchlassen läge es in meiner Macht tu für mich was du für meine Brüder getan hast dann werde ich dich nicht mehr aufhalten es muss eine andere Möglichkeit geben der Fluch muss gebrochen werden dann kannst du hindurch nein nicht schon wieder die Scheiße jetzt muss ich irgendwelche Prüfungen Teste schaffen finde heraus wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle es kann nicht so schwer sein sie zu finden ja sowas hatten wir in der Ähnlichkeit schon mal gemacht ja ja nein da muss ich so weit zurücklaufen das sieht echt aus wie sauer und höchstpersönlich aber nein das ist er nicht ich mach glaub das als erstes ja das klingt gut das klingt gut ich will nicht ins Wasser nein mich fressen sie alle auf ho 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 lustig hm ja 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 okay was ich soll 30 von den töten nein scheiße verwandel dich ja ja Kommen her, kommen her. Chaos, fester Stufenaufstieg. Juhu. Was zum Teufel? Nein, scheiße. Was sind das für Viecher? Was ist 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 das für Viecher? Viecher. Was ist das für Viecher? Was ist das für Viecher? Was ist das für Viecher? Naja. Aha. Ja. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Nein. Darauf habe ich keine Lust. Na ja, liebe Leute. An dieser Stelle muss ich doch mal eine Pause einlegen. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet in der nächsten Schatten-Arena. Naja, aber bis dahin müsst ihr euch ein wenig gedulden. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Hexen. Ja. Ja.